Hallo, das bin ich nicht gewohnt. Ich lebe in Tirol in der Nähe von Innsbruck und engagiere mich dort bei der Friedensmahnwache in Innsbruck. Und da haben wir noch nicht so ein tolles Rednerpult. Aber ich kann euch sagen, es ist dort auch was los. Tja, meine Vorredner haben schon ein bisschen meine Themen angesprochen, das macht aber nichts. Weil, ja, ich finde, ich beschäftige mich gar nicht mehr mit so Kleinigkeiten wie Parteien und Staatssystemen und so, weil ich finde, das ganze System ist krank und verkehrt. Und da habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht, warum funktioniert dieses System. Weil es ist ja wirklich gut gemacht. Und warum funktioniert das, dass keiner das bemerkt. Weil wir beschäftigt werden. Und zwar, wir werden dadurch beschäftigt, dass wir voneinander separiert und getrennt werden. Und zwar durch ganz banale, dumme Sachen. Es fängt an damit, zum Beispiel in Wien, mit Austria und Rapid, mit Fußballvereinen. Es gibt Leute, die ihr ganzes Leben auf eine Fußballmannschaft ausrichten und ganz böse auf andere Leute sind, die Fans von einer anderen Fußballmannschaft sind. Das Ganze sehen wir auch jetzt bei dieser Weltmeisterschaft, die ich sowieso nicht groß ansprechen möchte, weil das ist ja ein Wahnsinn. Es sind 22 Millionäre am Feld, werden andere Millionäre zusehen und draußen die armen Leute erschossen werden, die dagegen protestieren. Also da kann ich gar nicht mehr das in irgendeiner Form kommentieren. Und deswegen ist mein großer Aufruf und meine Bitte an euch, überlegt euch jeder selber, wo lasse ich mich separieren. Es fängt nämlich damit an, dass ich, wenn ich etwas nicht mache, automatisch dagegen bin, dass das jemand anderer macht. Und das finde ich nicht richtig. Nur weil ich nicht rauche, muss ich nicht unbedingt gegen Raucher sein. Nur weil ich keinen Hund habe, muss ich gegen Hundehalter sein. Und so weiter und so fort. Lasst nicht das mit euch machen. Die Leute, die uns separieren, die uns aufteilen, in Arbeiter und Angestellte, in Pensionisten und Schüler, in Fußball, in Austria und Rapid-Fans, in, es gibt so viele, in Fleischesser und Vegetarier. Und solange wir uns aufteilen lassen und uns mit solchen Sachen beschäftigen und uns überlegen, wo unterscheide ich mich vom anderen und nicht überlegen, was habe ich mit den anderen gemeinsam. So lange funktioniert das System. Die Wahrheit ist, wir setzen alle im selben Boot. Wieder zurück zu den Fußballmannschaften. Wenn ich ein Fußballfan bin und meine Mannschaft gewinnt, dann gehe ich fröhlich nach Hause. Aber es ändert sich in meinem Leben nichts. Genauso wenig wie bei dem Fan von der anderen Mannschaft. Der ist vielleicht ein bisschen traurig, weil seine Mannschaft verloren hat. Aber in seinem Leben ändert sich nichts. Du hast nicht viel davon, dass deine Mannschaft gewinnt oder verliert. Die, die viel davon haben, das sind ganz wenige. Und die haben dafür wirklich viel davon. Also bitte schaut jeder in euren eigenen Bereich. Und das fangt eben mit den kleinen Sachen an. Mit den kleinen Sachen, nur weil ich nicht rauche, dass ich dann plötzlich gegen Raucher bin. Nur weil ich grün wähle, dass ich niemandem zuhören kann, der von der FPÖ ist. Es geht nicht darum, wer spricht. Es geht darum, was er spricht. Und noch eine Bitte an euch habe ich. Ich kenne das. Wenn man aufwacht. Bei mir ist das schon eine Zeit lang her, wo ich draufgekommen bin, da stimmt was nicht mit dem System. Irgendwie. Und das merkt keiner. Und dann fängt man an, sich selbst zu fragen. Spinn ich? Bin ich wirklich komisch? Oder was ist meine Familie? Merkt es nicht? Die Arbeitskollegen? Und man fühlt sich dann irgendwann einsam. Und deswegen bitte ich euch, kommt daher jeden Montag, weil ihr seht, dass ihr nicht allein seid. Dass ihr nicht einsam seid und dass es viele gibt, die so denken. Als Kinder, als Kinder hat man gemeinsam gespielt. Irgendwann dreht sich das um und auf einmal fängt man an, gegeneinander zu spielen. Und man nennt es eigentlich nur noch spielen. Es ist ja nur noch ein Wettkampf. Das ist beim Fußball, beim Skifahren, bei allen Sportarten immer gegeneinander. Es ist doch wirklich egal, solange da noch Menschen verhungen, Kriege toben. Es ist doch wirklich egal, wer besser Fußball spielt, solange draußen die Menschen verhungen. Also bitte macht es bei dem ganzen Separieren nicht mehr mit. Lasst es euch nicht einteilen. Und schaut vor allem drauf, was habe ich mit den anderen gemeinsam. Und das ist viel mehr, als was euch unterscheidet. Danke. 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 Mohammed Eben K